Im letzten Video dieser Lektion geht es um Digital Citizenship und digitale Verantwortung. Ein Ziel von politischer Bildung ist die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger in allen gesellschaftlichen Bereichen. Neue Technologien und neue Kommunikationskulturen eröffnen auch neue Räume für Partizipation. Unser demokratisches Miteinander verändert sich. Wo traditionelle Modelle politischer Partizipation nicht mehr ausreichen, müssen neue entwickelt werden. Das nächste Video befasst sich mit den folgenden Fragen zur politischen Partizipation in einer digitalen Welt. Wie gestaltet sich das Verhältnis von Online-Partizipation und digitaler Verantwortung? Welche Handlungsmacht und welche Verantwortung haben dabei Bürgerinnen und Bürger und wo liegen die Grenzen dieser Verantwortung? Eines ist dabei laut Johanna Taufner klar. Es geht in der politischen Bildung nicht nur um die Förderung von individuellen Medienkompetenzen. Es geht darum, den gesellschaftspolitischen Einfluss von Menschen und Technologien im Ganzen zu denken. Im Kontext sich verändernder Kommunikationskulturen aufgrund neuer Technologien und der verstärkten Verbreitung von Desinformation und Hass im Netz fordert die Digital Citizenship Education innerhalb der politischen Bildung digitale Mündigkeitsbildung von digitalen Bürgerinnen. Nach Lange und Kenner ist es hierfür ein zentraler Auftrag, Menschen auf den Weg zu mündigen Bürgerinnen zu begleiten, die, ich zitiere, nicht nur in der Lage sind, sich in bestehende politische, ökonomische, gesellschaftliche Systeme einzugliedern und zu funktionieren, sondern auch Herrschafts- und Machtstrukturen zu analysieren, sich ein kritisch reflektiertes Urteil zu bilden und mögliche Handlungsstrategien zu kennen, um selbst aktiv politische Prozesse nachhaltig beeinflussen zu können. Zitat Ende. Ein Ziel von politischer Bildung ist es somit auch, Partizipation aller Gesellschaftsmitglieder in allen gesellschaftlichen Bereichen und somit auch auf Social Media zu erforschen und zu fördern. Was bedeutet aber eigentlich Partizipation auf Social Media? Die Digitalisierung ermöglicht neue Formen politischer Partizipation. Social Media eröffnen potenziell unbegrenzte Möglichkeiten, um sich zu informieren, zu vernetzen, um zu mobilisieren und abzustimmen. Dadurch können sich Menschen beteiligen, die aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel aufgrund ihres Alters oder einer fehlenden Staatsbürgerinnenschaft etc. von der formalen politischen Teilhabe, wie zum Beispiel Wahlen, ausgeschlossen sind. Theo Caris argumentiert, dass Formen der Online-Partizipation bzw. niederschwellige alltägliche Partizipationsmöglichkeiten, zum Beispiel politisch motivierte Konsumentscheidungen, häufig nicht durch traditionelle Modelle und Definitionen von Partizipation gefasst werden können. Dies bedeutet aber nicht automatisch, dass solche Praxen nicht auch als politische Partizipation gefasst werden könnten oder auch müssten. Die Politologin Pippa Norris arbeitete in diesem Zusammenhang richtigerweise heraus, dass gängige Definitionen und Annahmen von politischer Partizipation innerhalb der Sozialwissenschaften stark von Partizipationsmodellen der 1950er und 60er Jahre geprägt sind. Diese wurden aber, so die Autorin, in einer sehr bestimmten Zeit für spezifische Kontexte entwickelt. Aber in den letzten Jahren haben sich Formen der politischen Teilhabe einfach weiterentwickelt und an neue Umstände angepasst. Dementsprechend muss Partizipation breiter definiert werden, um diese neuen Formen zu fassen. Sie beschreibt dazu folgendes, und ich zitiere, Political activism has been reinvented in recent decades by a diversification in the agencies, meaning the collective organizations structuring political activity, the repertoires, meaning the actions commonly used for political expression, and the targets, meaning the political actors that participants seek to influence. The surge of protest politics, new social movements, and internet activism exemplify these changes. Zitat Ende. Wie verändert sich politische Partizipation nun aber durch neue Technologien? Seit Beginn der Digitalisierung beschäftigen sich SozialwissenschaftlerInnen mit der Frage, wie diese Partizipation beeinflussen wird. Dazu gibt es eine umfangreiche Literatur und die lässt sich nach Kasseltrion zufolge grob in drei zentrale Argumentationsstränge gliedern. Erstens, sogenannte NetzoptimistInnen sehen vor allem die erweiterten Möglichkeiten der Informationsbeschaffung sowie niederschwellige und innovative Formen der Partizipation, welche neue Bevölkerungsgruppen zur politischen Teilhabe mobilisieren können. Diese sogenannten Mobilisierungsthese steht die Verstärkerthese der NetzpessimistInnen gegenüber, welche befürchten, dass die ohnehin schon gut informierten und repräsentierten Bevölkerungsgruppen nun erweiterte Möglichkeiten hätten, ihre partikularen Interessen durchzusetzen, wodurch die Idee der politischen Gleichheit in der Demokratie weiter geschwächt würde. Das bedeutet, dass eine laute Minderheit Diskussionen online dominieren und verschieben kann. Gesellschaftliche Polarisierungstendenzen können sich daher verstärken. Die Gruppe der dritten Position bezeichnet sich selbst als sogenannte NormalisiererInnen oder RealistInnen. Sie argumentieren, die Technologie an sich sei neutral und müsse somit nur richtig gestaltet und genutzt werden. Diese Argumente schließen unweigerlich mit einem Ruf nach mehr politischer Bildung bzw. sogenannter Digital Media Literacy. Die Entwicklung auf Social Media machen aber deutlich, dass die Argumentation der dritten Gruppe schwer haltbar ist und das aus zwei Gründen. Erstens verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Technik. Ein Beispiel hierfür sind Cyborgs, eine Mischung aus Bots und Trollen, die in der Verbreitung von Desinformationen und Hass im Netz eingesetzt werden. Also Bots sind automatisierte Programme, die selbstständig kommentieren, liken und teilen können. Trolle sind Menschen, die diese Tätigkeit tun, um Hass im Netz und Desinformation auf Social Media zu verbreiten. Cyborgs hingegen sind Konglomerate aus sowohl menschlichen als auch technischen AkteurInnen, die gemeinsam agieren in diesem Auftrag. Zweitens zeigt die Entwicklung von Online-Partizipation, dass eine demokratische Beteiligung aller gefährdet wird und sich beispielsweise Frauen, die von Hass im Netz besonders betroffen sind, zunehmend aufgrund dessen aus bestimmten Diskussionen und Bereichen auf Social Media zurückziehen. Drohungen und Beleidigungen werden insbesondere von rechtspopulistischen und rechtsextremen Personen und Gruppen als bewusste Strategie verstanden, um anderslautende Meinungen, besonders wenn sie von Frauen kommen, von vornherein auszuschließen, zu delegitimieren bzw. die SprecherInnen zum Schweigen zu bringen. In der Literatur werden solche negativen Kommentare auch anhand ihrer Zielrichtung als Disziplining beschrieben. Die quantitative und qualitative Dimension von Sexismus, Hass im Netz und sexualisierten Gewaltandrohungen gegenüber Frauen sind auch eine Begründung für den wahrgenommenen Backlash an Geschlechterrollen auf Social Media und besonders unter InfluencerInnen. So erhalten nach Studien der AutorInnen Döring und Moseni oder auch der Malisa Stiftung zufolge YouTuberInnen etwa besonders viele negative und sexistische Kommentare, sobald sie sich außerhalb klassischer Frauenthemen positionieren. Aber wie können wir nun in diesem Kontext innerhalb der politischen Bildung digitale Verantwortung denken? Der Rückzug von Frauen in die politische Passivität auf Social Media sowie eine Förderung traditioneller Geschlechterrollen online zeigt, dass neue Technologien massiv unser demokratisches Miteinander beeinflussen. Ja, Social Media bietet neue Formen der Partizipation, auch für Gruppen, die von formaler Teilhabe ausgeschlossen sind. Dennoch zeigt sich an diversen Studien zu Gender Gaps, dass dies nicht unmittelbar zu einer Förderung des demokratischen Austauschs führt, sondern im Gegenteil, den AutorInnen Geschke, Jane oder auch Reitmeyer, Juarez und Taufner zufolge, bestimmte Betroffene von Hass im Netz und Desinformationskampagnen sich aus dem Diskurs zurückziehen. Politische Bildung muss demnach auch digitale Verantwortung im Plural denken, denn individuelle Verantwortung hat eben auch Grenzen und sollte immer eingebettet in strukturelle Macht und Ungleichheitsverhältnisse verstanden werden. Zentral ist es hierbei zu fragen, wer profitiert von der Verbreitung von Desinformationen, Hass im Netz und dem Rückzug in die politische Passivität von marginalisierten Gruppen. Wer trägt daran Schaden? Wie im Video mit dem Titel Vertrauen und Verantwortung im Umgang mit Big Data erforschen von Katja Mayer näher ausgeführt wird, müssen diese gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen nicht nur auf bestehende Social-Media-Plattformen angewandt werden, sondern bereits bei der Planung von neuen Technologien jeglicher Art gestellt werden. Ebenso muss sich die politische Bildung der Frage digitaler Verantwortung auf allen Ebenen und in all ihrer Komplexität stellen. Eine offene Diskussion, die die Verbindung von Menschen und Technik und deren gesellschaftspolitischen Einfluss im Ganzen denkt und nicht auf bloße Förderung von individueller Medienkompetenz fokussiert, ist hierfür ein erster Schritt.